Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute verbinden wir ein Rebuy Unpacking mit einer Yankee Candle Bestellung. Ich habe mir die ersten drei House Warmer, also die großen Gläser bestellt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie glücklich ich mit den großen Gläsern bin. Bisher habe ich ja eher Tarts geschnüffelt. Aber wir starten mit der Rebuy Bestellung. Es gab an dem Wochenende um dem 15., 16., 17. September herum ein Angebot, das man, ich glaube, ab 17 Euro Portofrei bei Rebuy bestellen kann. Und ja, ich habe das getan. Ich habe bei Rebuy einige Bücher immer auf der Merkliste, im Kaufalarm und bekomme dann natürlich dementsprechend auch immer mal Mails. Sehr oft ignoriere ich diese Mails. An diesem Wochenende dachte ich, Mensch, Portofrei, da spart man sich ja dann 3,95 Euro. Da schaust du mal, was du findest. Und ich habe fünf Bücher von, also vier Bücher von meiner Merkwunschliste entdeckt und ein Buch habe ich mir dann noch einfach so dazu bestellt, weil ich es tatsächlich auch schon in der Sprache haben wollte. Und ja, ich denke, da machen wir jetzt einfach erst mal das Unpacking und ihr dürft gespannt sein, was bei mir eingezogen ist. Ja, und das besagte Buch liegt auch gleich oben auf, sozusagen in diesem Paket. Und zwar, es ist ja eine wunderschöne Ausgabe. Das passt perfekt zu meinen anderen englischen Herrn der Ringe Bücher. Ja, es ist Der kleine Hobbit. Der Hobbit von J.R. Tolkien. Es ist nicht unbedingt mein Lieblingsbuch aus der Mittelerde Welt, aber ich wollte es schon immer oder sehr lange auch in Englisch im Regal stehen haben und natürlich dann auch irgendwann mal in Englisch lesen. Das habe ich ja tatsächlich bisher nur beim Herrn der Ringe getan. Und diese Ausgabe passt eben auch perfekt zu meiner Herr der Ringe Ausgabe, die auch hinten abgebildet ist, diese schwarze Ausgabe mit diesen bunten Kreisen. Und ich finde, sie sieht sehr, sehr gut aus. Sie hat 1,19 Euro gekostet, ist in einem guten Zustand. Also sie hat auch wirklich keine Delle hinten. Sie sieht eigentlich aus, wie wenn sie jemand gekauft hat, neu und ins Regal gestellt hat. Natürlich so ein bisschen vergilbt, ein bisschen verstaubt. Also sie steht schon länger im Regal, aber es ist eine super schöne Ausgabe und ich freue mich darauf, den Hobbit in dieser Ausgabe neu zu entdecken. Das nächste Buch ist dann vom nächsten Fantasy-Gott sozusagen. Und zwar von George R.R. Martin. Es ist Das Urteil der Sieben, der Heckenritter von Westeros. Das ist ja eine Geschichte, die ich glaube 70 Jahre vor Game of Thrones, vor das Lied von Eis und Feuer spielt und steht schon lange, lange, seitdem ich eben Game of Thrones lese, auch auf meiner Wunschliste. Und ja, es heißt hier auch direkt, das ist das erste Buch, Das Urteil der Sieben, die Vorgeschichte zu das Lied von Eis und Feuer. Ja, ist im Penhaligon Verlag erschienen, das ist die Ausgabe, hat mich 4,49 Euro gekostet. Ich muss sagen, sie ist ein bisschen rund gelesen, aber das lässt sich halt in der broschierten Ausgabe in dem Taschenbuch nicht vermeiden. Und ansonsten sieht sie aber gut aus. Also, wem das Rundlesen nicht jetzt stört, na, also von daher, das finde ich absolut in Ordnung. Und das ist, ja, ich bin, ach, sehr schön. Ja, ich freue mich da drauf, hier auch nochmal die Eins und freue mich sehr darauf, weil hier natürlich auch so ein bisschen nochmal mehr Input zu Das Lied von Eis und Feuer möglich ist. Vom Zustand, ich bin zufrieden, mich stört das Rundgelesen nicht und für den Preis auch absolut in Ordnung. Dann ein Buch, was mal etwas ganz anderes ist, worauf ich mich aber sehr, sehr freue. Und zwar ist das von Benny Rebell, Mein Abenteuer, Wildnis, Erlebnisse eines Tierfotografen. Und auf den Autor bin ich, glaube ich, gestoßen, ja, bei eins meiner vielen Recherchen über das Reisen. Ich verfolge da einige Blogs, einige YouTuber. Und ich kann nicht mehr konkret sagen, wo ich Benny Rebell das erste Mal entdeckt habe. Aber habe dann auf seiner Seite auch Interviews und Sonstiges mir angeguckt und war ganz fasziniert. Und habe dann eben dieses Buch auf der Merkliste gehabt. Und es sind eben wunderbare Fotos darin enthalten. Und natürlich auch wirklich, was er eben alles wie fotografiert hat. Und hier wirklich so Auge in Auge mit den Großkatzen. Und es sind über 200 Fotos enthalten und auch Karten. Und ja, es war eine faszinierende Geschichte, was ich von ihm erfahren habe. Und dann war ich natürlich neugierig, ja, auch hier wie nah die Affen ihn an sich herangelassen haben. Ich glaube, so habe ich ihn auch entdeckt über dieses Affenfoto. Und ja, ich bin mega, mega gespannt. Freue mich, dass ich das Buch gebraucht entdeckt habe. Hat glaube ich, Moment, 5,49 Euro gekostet. Ist in einem guten Zustand. Ja, es ist halt der Schutzumschlag. Ist ein bisschen geknickt. Aber ja, das ist für mich nicht das Problem. Ansonsten kommt es ja hier wirklich auf den Inhalt an. Auf die Bilder, auf die Karten und auf das, was der Autor entdeckt hat. Und da freue ich mich schon sehr, darüber zu lesen. Dann sind es noch zwei Bücher. Und ja, das erste Buch ist dann davon Die Zelle von Jonas Winner. Das Buch habe ich für 2,89 Euro ergattert. Jonas Winner hat mich in diesem Jahr ja sehr zum Gruseln und Schaudern gebracht. Beim Mörderpark. Ein Thriller, der mir sehr gut gefallen hat. Der mich in die Abgründe der menschlichen Seele mitgenommen hat. Und die Zelle hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Denn es geht hier, glaube ich, um einen Jungen. Ja, 11 Jahre ist er, damit sein Eltern nach Berlin zieht. Und ja, dort einen Luftschutzbunker unter der Jugendstilvilla findet. Und er dort eine verstörende Entdeckung macht. Denn ein verängstigtes Mädchen, nicht viel älter als er selbst, ist in diese Zelle eingesperrt. Und diese hat man auch mit Gourmifolie ausgeklebt. Und nur durch einen winzigen Schlitz kann er sie sehen. Und ja, am nächsten Tag ist die Zelle leer, das Mädchen verschwunden. Und ja, für Sammy stellt sich jetzt die Frage, war das sein Vater? Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Und da mir wirklich der Mörderpark es sehr, sehr gut gefallen hat. Er hatte ein, zwei Schwächen. Keine Frage, es war jetzt nicht der perfekteste Thriller. Aber er hat mich doch, also er hat einen Nerv in mir sehr getroffen. Und er hat wirklich so diese Thriller-Gen in mir sehr aktiviert. Und auch wirklich so diese Schauderhafte. Und die liebe Tanja hat auch von Berlin Books, hat auch gesagt, die Zelle fand sich sehr, sehr gut mit ihr zusammen. Hatte ich ja unter anderem auch Mörderpark gelesen. Und ich freue mich sehr, dass ich das Büchlein jetzt hier habe und mich dann im Herbst, Winter auch schaurig gruseln kann. Ja, und dann geht es direkt mit dem nächsten Buch von George R.A. Martin weiter. Nachdem, ja, der sechste das Lied von Eis und Feuerband auf sich warten lässt und wohl dieses Jahr doch nicht erscheinen wird. Ja, ich habe da ja lange dran geglaubt. Dachte ich mir, verspaße ich mir mein Leben so ein bisschen mit anderen Büchern von ihm. Und habe mir den ersten Teil der Traumlieder geholt. Das ist ja eine Sammlung von Erzählungen und Kurzgeschichten. Und da gibt es, glaube ich, drei Teile. Richtig, die hier auch hinten drauf sind. Auch so klassisch wie eine Trilogie in blau, rot und grün. Und man hat hier einiges an Kurzgeschichten. Das Buch habe ich für 3,99 Euro ergattert. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Geschichten da konkret drin waren. Ich habe mich da gar nicht so konkret mit beschäftigt. Ja, es sind drei Geschichten enthalten, die ja eher, glaube ich, auch so ein bisschen in die Science-Fiction Richtung gehen. Und nicht in die High-Fantasy-Richtung, wobei es halt oft eine Mischung sein wird. Und das sind sehr frühe Geschichten von ihm, die in Deutschland, glaube ich, soweit noch nicht bekannt waren. Und ich bin mega, mega gespannt, ob er mich mit diesen Geschichten packen kann. Ist halt auch sehr schön. Man könnte so wöchentlich eine Geschichte von ihm lesen. Und dann, wie ich es jetzt auch mit den Kurzgeschichten immer handhabe, dass man immer so eine Geschichte am Tag oder je nach Länge natürlich dann auch ein bisschen länger braucht. Und ich freue mich sehr auf den Start sozusagen dieser Reihe. Und wenn sie mir gefällt, habe ich ja noch zwei andere Bücher sozusagen vor mir, die eben auch diese Kurzgeschichten, es sind ja schon eher Erzählungen als Kurzgeschichten, dann eben ja im Grunde mich freuen kann. Es sind über 540 Seiten. Das durch drei sind es nicht mehr ganz Kurzgeschichten. Aber für 3,99 Euro finde ich auch der Zustand sehr, sehr gut. Gut, hier hat man auch den Eindruck, er stand eigentlich nur im Regal, wäre so mein Zuweis auch nicht rund gelesen, es kein Knick oder so hat oder eben sehr vorsichtig gelesen wurde. Und es heißt hier auch, George R. Martin ist der amerikanische Tolkien. Ja, wenn er es gar zu Ende schreibt, sein das Lied von Eis und Feuer, dann könnten wir da hinkommen. Aber ich glaube, er hat sich so ein bisschen selbst verschreckt. Aber gut. Ja, wie ihr seht, die Rebuy-Bestellung war doch ein bisschen George R. Martin und Tolkien, half fantasy-mäßig lastig. Aber das finde ich gar nicht weiter schlimm und freue mich wirklich sehr auf die Bücher. Und wenn ihr eins der Bücher schon kennt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, ja, ob ihr vielleicht eins kennt und wie ihr es dann fandet. Und dann gibt es aktuell ein Angebot bei Candle Lover. Ich packe euch die Seite natürlich mal in die Infobox. Und zwar, wenn man da zwei Jars, egal in welcher Größe, bestellt, bekommt man ein drittes Überraschungsjar sozusagen umsonst dazu. Und ich glaube, das ist noch bis Anfang Oktober gültig. Aber wie gesagt, guckt mal in die Infobox. Ich packe euch da die Infos rein. Und ich bin ja sonst eher jemand, der eigentlich nur Tarts verduftet, weil ich ja sehr neugierige Katzen habe, die bei Kerzen doch auch immer mal bei der flackernden Flamme sehr neugierig sind. Und ja, ich da meinen Katzen nicht so recht vertraue, dass das alles gut ausgeht. Und ja, habe mich aber durch das Angebot doch ein bisschen verlockt gefühlt und dachte, jetzt probiere ich einfach mal, ja, Housewarmer aus, wie man sie ja nennt, gerade das große Glas. Und habe mir eben zwei Gläser bestellt und eins kam umsonst dazu. Ich habe ein Foto vom Auspacken gemacht oder ein Video, das blende ich euch jetzt einfach mal mit ein, weil ich wirklich die Verpackung großartig fand. Also man sieht wirklich, diese drei Kerzen haben den perfekten Platz in diesem Karton, sind wirklich sehr gut mit Luftfolie sozusagen, mit dieser Knisterfolie auch verpackt gewesen. Und man hat wirklich den Eindruck, dass man hier sehr, sehr probiert, dass eben nichts kaputt geht. Man hört ja sehr oft zum Beispiel bei Amazon-Bestellungen, dass Gläser kaputt gehen. Die könnten sich hier mal ein Beispiel nehmen an dieser Kartonage, die ich wirklich perfekt fand. Und ich habe jetzt keinen anderen Erfahrungswert, wie das bei anderen Shops ist. Und dementsprechend möchte ich aber hier halt das einfach betonen, dass ich das wirklich sehr, sehr gut fand. Und ja, ich habe zwei Düfte dementsprechend bewusst gewählt, wovon einer gerade, ja, am Brennen ist. Und ich nicht darüber nachgedacht habe, als ich ihn heute Vormittag anmachte, dass ich ja ein Video drehen wollte. Und ich ihn jetzt nicht ausmachen wollte, weil eben bei diesen Housewarmern ist es eben sehr wichtig, dass die oben, ja, im Grunde flüssig sind, bevor man sie ausmacht, damit sie eben nicht nach unten hinab brennen, was man ja sehr oft von Kerzen dann auch kennt. Und das möchte man ja hier vermeiden, weil natürlich die, ja, Duftöle und das, ja, der Duft an sich natürlich im ganzen Glas sich verteilen muss. Und dementsprechend blende ich euch jetzt, ja, das Video, oder ein kleines Video von meinem ersten bestellten Housewarmer ein. Das ist der Black Coconut. Und ihr seht, wie wunderschön dieses Label ist und wie wunderschön er vor sich hin brennt. Und dass er eben noch nicht ganz gepolt hat, wie man das wohl umgangssprachlich nennt. Also man sieht, dass es eben jetzt noch ein Stückchen, vielleicht eine Stunde braucht, bis er wirklich zum Rand des Glases hin gepolt ist und man ihn dann eben auch, ja, ausmachen könnte. Man muss sich dem bewusst sein, dass so ein Glas man ja mindestens, glaube ich, zwei, drei Stunden anhaben muss, damit er wirklich bis zum Glas flüssig wird und dann eben in einem nach unten hinab brennt. Und deswegen habe ich ihn heute früh schon relativ früh auch angemacht, weil ich dachte, da kannst du das heute mal den ganzen Tag ausprobieren. Ich hatte ihn gestern schon mal kurz an, als sie angekommen sind und habe da eben auch schon gemerkt, ja, es war so ganz knapp mit drei Stunden, ein bisschen was über drei Stunden. Also das war wirklich so die Grenze. Viel kürzer hätte ich ihn nicht anlassen können. Hat natürlich Vorteile, aber auch Nachteile. Der Black Coconut ist jetzt im September Duft des Monats und da hat mich das große Glas, glaube ich, jetzt 22 Euro gekostet. Normal kosten die großen Gläser, ich glaube, immer um die 28, 29 Euro. Ich bin da jetzt nicht die Expertin, habe aber gesagt, bei 22 Euro, das finde ich toll. Das ist auch ein Tart, das ich immer, immer wieder nachgekauft habe und ich sehr, sehr liebe. Und in dem Fall muss ich sagen, ist der Housewarmer einen Hauch weniger duftmäßig unterwegs. Also Black Coconut ist natürlich ein Kokosduft. Die männliche Kokosnuss, wie Netti so schön sagte. Und ich finde aber, die Tarts riechen tatsächlich intensiver. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man ein Viertel und ein Halb einpackt. Aber ich merke hier schon, dass der Duft ein bisschen weicher ist, ein bisschen zarter ist und ja, gefühlt auch ein bisschen weniger Kraft hat. Finde ich aber jetzt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, ich finde das ganz angenehm. Und er duftet eben sehr, ja, sehr warm vor sich hin. Ich finde das sehr schön. Also mir gefällt der Duft auch im Glas. Ich bin halt nur gespannt, wie das bei den anderen Düften dann sein wird, wenn man natürlich schon ein etwas schwächeres Tart zum Beispiel hat. Ob dann der Housewarmer auch noch schwächer ist oder vielleicht auch das mal umgekehrt sein wird. Aber dürfen wir gespannt sein. Dann habe ich einen, ja, neuen Lieblingsduft von mir als Glas mitbestellt. Und zwar habe ich dieses Glas in Berlin schon geschnuppert bei der lieben Sandra und habe mir dann auch direkt zwei Tarts mitgenommen, wovon ich ein Tart schon aufgebraucht habe. Und ich freue mich jetzt, dass ich ihn als Glas ergattert habe. Er war auch reduziert. Ich glaube auf, ja, 18 Euro, 17,99. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und zwar ist das der Honey Lavender Gelato. Und er riecht genau nach dem, was drin steht, nach süßem Lavendel mit so einer leichten Sahnennote, weil man natürlich ein bisschen Eis drin hat. Und er ist auch ein sehr, sehr frischer Duft, wie ich finde. Und ich finde auch wirklich das Glas wunderschön mit diesem, ja, hellen Lila, also diesem blassen Lavendelton. Und man sieht hier auch wirklich die Spuren vom Öl. Ich finde das sehr, sehr schön. Auch natürlich das Label gefällt mir unglaublich gut. Und ich freue mich sehr, dass ich, ja, diesen Duft so günstig dann eben auch ergattert habe. Und er war ja, glaube ich, jetzt in der Sommer Edition oder ist eine Limited Edition. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ja, freue mich, dass ich ihn auf jeden Fall jetzt auch im Glas habe. Und das ist wirklich auch so ein Duft, den man jeden Tag anmachen kann. Und der, finde ich, auch auf jeden Fall gute Laune macht. Ich glaube, das liegt einfach am Lavendel, am Honig, an diesem etwas leicht zittrischen Duft. Also ganz angenehm. Und ich glaube, da kann man einfach nur entspannt vor sich hin lächeln. Ja, ist ein absoluter Traum. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es den günstig gegeben hat. Und jetzt natürlich die große Frage war, was wird als großes Zusatzglas mit einziehen? Und ja, man kann bei den Bemerkungen ein bisschen angeben, was man nicht mag. Da habe ich angegeben, dass ich keine extremen Zimtdüfte mag. Und ich auch keine extremen, sehr aufregenden Zitrusdüfte mag. Also diese für mich klassischen Klosteindüfte, die mag ich persönlich nicht so. Und ich war dann schon froh, als ich gesehen habe, dass ein weißes Glas bei mir einziehen wird. Hatte dann schon kurz die Hoffnung, vielleicht ist es mein Lieblingsduft Soft Blanket. Ich weiß nicht, ob man das hätte angeben können. Aber ich wollte mich ja überraschen lassen und deswegen keine konkrete Vorgabe geben. Und dann habe ich, ja, Fluffy Towels im Karton entdeckt. Und war sehr erleichtert, dass es wirklich ein Duft ist, den ich auch mag. Er gehört jetzt nicht zu den absoluten Favoriten. Ich kaufe ihn aber durchweg immer mal wieder nach. Wenn mir wirklich nach diesem, ja, frische Wäscheduft ist. Ich finde das wirklich auch gerade im Frühling, Sommer ganz, ganz toll. Ich benutze Fluffy Towel zum Beispiel gerne, wenn ich im Bad großen Reinetag habe. Und es dann doch ein bisschen chloriger vielleicht riegt nach dem Putzmittel. Und dann finde ich Fluffy Towel wirklich perfekt, weil er das wunderbar neutralisiert. Und das funktioniert natürlich auch zum Beispiel in der Küche, wenn man etwas sehr Fettiges gegessen hat und gekocht hat. Oder ist er, ja, irgendwie, wo man sagt, Mensch, irgendwie so ein Geruch, der will nicht so richtig raus. Dann finde ich auch das Fluffy Towel unter anderem ein Duft, der das wirklich wunderbar neutralisiert und dann wirklich eine ganze Frische in den Raum bringt. Und ich mag ihn gern. Also, ich bin wirklich froh, dass es er geworden ist und, ja, freue mich darüber sehr. Und natürlich auch über dieses wunderschöne Label, das mir eben auch schon in klein gefallen hat. Aktuell habe ich nämlich auch keinen Tag da von Fluffy Towels. Dementsprechend bin ich jetzt ganz happy, dass es natürlich ein Glas geworden ist. Und so habe ich jetzt eben für drei Gläser, ich glaube, 42 Euro bezahlt. Was, wenn man es jetzt eben runterrechnet, 14 Euro für ein einzelnes Glas ist, was ja wirklich ein Schnäppchenpreis in dem Falle dann ist. Ja, wenn man natürlich zwei normale Gläser zu A29 Euro kauft, hat man dann eben natürlich trotzdem für, ich sage, drei Gläser 60 Euro im Groben bezahlt. Und es war auch Portofrei, weil ab irgendeiner gewissen Grenze war das Porto eben inklusive. Dementsprechend waren es wirklich nur die 42 Euro. Und ich freue mich sehr. Habe natürlich auch eine günstige Wahl getroffen im Monatsduft und im reduzierten Duft. Aber da kann man ja durchaus mal auf der Seite sich umsehen, was einen da vielleicht auch von den reduzierten Düften anspricht. Ich glaube, bei den Monatsdüften ist es im September noch der Vanilla Lime. Das ist aber ein Duft, den ich persönlich nicht mochte als Tarte. Dementsprechend duftet dann eben einer meiner Lieblingsdüfte, der Black Coconut, mit. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß bei diesem Kombinationsvideo aus Büchern und Kerzen. Und ja, vielleicht war für jeden ein bisschen was dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht wollt ihr mir verraten, wie ihr die Düfte findet. Und ob ihr vielleicht selbst euch auch auf einen Überraschungsduft eingelassen habt. Und welcher es dann vielleicht war. Und ob ihr darüber zufrieden wart. Und ja, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi. Das ist das Programm.